Howdy Foxe und willkommen zurück zu Corral Island mit einer neuen Aufnahmesession und starten wir durch. Knock Knock. Mein Haustier. Guten Morgen Rucola. Das Tierheim war heute Morgen komplett überfordert, also packen wir mit an und bringen dir diesen Kleinen. Sieh mal, wer da ist und zu deiner Familie gehören möchte. Der Kleine war ganz begierig, darauf sein neues Zuhause zu erkunden. Ertrauen und Liebe zu deinem Haustier aufzubauen ist eine wunderschöne Reise. Du solltest sie zu schätzen wissen. Sie sind jetzt Teil deiner Familie. Pass gut auf, sieh auf. Blecke ist jetzt Teil deiner Familie. Neue Quest. Papayas für jemand schenken. Ich habe noch zwei Papayas. Ich habe keine Papayas. Ah, mir geht mal Blacky gestrichen. Juhu, Blacky. Blacky sieht heute glücklich aus. Willkommen beim Wetter. Sonnig. Siebzehn. Nichts los. Strandrein. Gnocchi, Kartoffeln, beliebens Mehl, beliebens Fäse, beliebens Jotter. Schuzen. Tü, 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 tü. Pog Czorki. Kochen. Bestätigen. Kochen. Bestätigen. Kochen. Und gestochen. 3 Violinen, Käfer, kochen und bestätigen und ja, Fisch, 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 Steinsuppe, 20 und 30, alle, es macht Zutat. Steine, ah, und einen Pilz, kochen, ich muss etwas mehr kochen, mal schauen, ob das zählt. Mein erster Mais. Vermächtnis. Sonne. Ah, nein, ist gar nicht wie es, meinst. Schade 17. Die sind einig begonnen. Oh, die ist. Scheren kann ich dich noch nicht Scheren kann ich dich noch nicht Scheren kann ich dich noch nicht Ach, da ist der Dina doch. Ja, keine Ahnung. Hey Rucola, liegt es nur an mir oder fühlt sich hier alles ruhiger an? Ich umgebe mich gerne mit ihren Frauen, mit diesen süßen kleinen Enten. Ich habe ihn und jetzt funktioniert aber das wieder, dass ich zurück bringe. Ich schaue es aus. Ich habe ihn sehen wollt. Was haben wir denn im Journal? Abgeschlossen. Wir gehen auf Eva. Zeig mir mal. Diese 2. Ich habe keine Papaya. Zeig mir zu. Sollen wir ein bisschen fischen? Ja, super. Denkt gut an. Das Foto schon gut an. Ich bin nichts. Ich gehe mir nicht. Ich habe keine Pfeil. Ein Döbel Hmm, viel Müller. Ich dachte, wo die Fische hangen? Sieht nach Döbel aus. Ein Goldfisch, da habe ich schon gesperrt. Ein Goldfisch, ein Goldfisch, ein Goldfisch, ein Goldfisch. Ein Goldfisch, ein Goldfisch, ein Goldfisch. Ein Goldfisch, ein Goldfisch. Fühlt sich so gut an. Die Volleyballplayers füllen, vielleicht habe ich dir nicht davon erzählt. Wir haben die Chance uns für das Turnier in Poccio zu qualifizieren. Die Teilnahme beim Poccio Volleyballturnier war schon als Kind immer mein Traum. Und jetzt bin ich nur noch ein Spiel davon entfernt. Die Corollaries haben sich noch nie zuvor qualifiziert. Aber sie hatten auch noch nie mich im Team. Wo ist denn die Anlage? Okay, gibst du, ich bin etwas nervös. Aber ich weiss, dass wir eine gute Chance haben. Immerhin kennst du niemanden, der so gut Volleyball spielt wie ich, oder, Rucola? Ich bin mir sicher, du schaffst das. Du bist ihr Glücksbringer. Ja, und du bist auch die einzige Volleyballspielerin, die ich kenne. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Oh, danke. Wenn man gewinnen will, muss man üben. Üben, üben, üben. Weil wir gerade davon sprechen, ich werde ein paar Bälle schlagen. Willst du mir, bis das Team hier eintrifft? Sehr gut, dann mal los. Ich hoffe, niemand hat meinen Sturz gesehen. Ich habe einen Ruf zu verteidigen. Das Team. Wie dem auch sei, ich sollte wieder da raus. Hey, Rucola. Du kannst hier abhängen und uns zusehen, wenn du willst. Okay, Coral Reefs, zeig dir den, was wir drauf haben. Juhu. Eigentlich bin ich nicht zum ersten Mal hier. Oh nein, nein, nein. Meine Familie hat auf Coral Island gelebt. Bis meine Mutter vor einiger Zeit entschieden hat, wegzuziehen. Jetzt verbringe ich immer den Sommer hier. Ich treffe mich mit alten Freunden und schließe dabei neue Freundschaften. Geschenk. Das ist fabelhaft, mein Schatz. Vielen Dank. Okay. Okay. Open. Soon. Oh Gott. Ich bin doch genau so. Okay. Okay. So wurde vloggefühl nicht. Ich habe den Zeug aufwerten. Silberne Seton, 1.25. Hey Sam, ich geniesse den Spaziergang hierher immer besonders. Das ist großartig, danke. Hier gehört die Farmer, ich will sagen, du Ruppel. Ah ja Ruppel. Danke vielmals. Schau mal, ob ich das habe, oder ich kann es machen. Ich habe die Farmer. Ich habe die Farmer. Ich gehe mir vorkommen, das geht mein Jerky. Was ist das? Nein. Blooper. Hm, in a komponiert. Bleh. Boah, da bist du ein Fisch anbeisst. Und noch Müll. Noch schlimmeres Kackflugblatt. Okay. 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 Es gibt noch keine Kräle. Und was meine Hausaufwertung kostet. Ich sollte meinen Werkstatt neu organisieren. Ich habe einfach immer so viel zu tun. Ich habe einfach einen Dörrfleisch. Ich habe einen Dörrfleisch. Ich habe einen Dörrfleisch. Ich habe einen Dörrfleisch. Ich habe einen Dörrfleisch. Ich weiss nicht. In letzter Zeit warst du so verschlossen. Die ganze Zeit alleine. Du huschst im Haus herum und machst... Wer weiss was. Ich habe mir nur gedacht. Wie geht? Okay, okay. Wie das ist wohl noch ein paar Jahre zu früh. Aber es ist... Es ist etwas, Archie. Ich weiss nicht. Du kannst es mir sagen. Okay. Eine Sekunde. Was ist das? Gier, Gier. Ist das ein Vogel? Ein Waldzaunkönig. Ich habe ihn vor ein paar Tagen auf dem Boden im Wald gefunden. Mami, ich glaube sein Flügel ist gebrochen. Das hast du, also... Ich konnte ihn doch nicht einfach dort lassen, Mama. Das konnte ich nicht. Er wäre gestorben. Und ich weiss doch, dass Papa und du keine Tiere mögen. Also wollte ich nicht... Hey, wer sagt, dass wir keine Tiere mögen? Papa sagt das die ganze Zeit. Nehme ich an. Ich meine, wir sind nicht per se Tierliebhaber kleiner. Aber ein verletzter Vogel ist doch schliesslich etwas ganz anderes. Willst du ihn gesund pflegen? Ich helfe dir. Du? Du hilfst mir? Natürlich, Schatz. Du machst da etwas ganz Tolles. Du musst das nicht vor uns verbergen. Oh, okay. Das wäre toll. Danke, Mama. Hörst du das? Herr X? Mama hilft uns. Natürlich mache ich das. Fangen wir sofort an. Ich glaube, ich habe ein paar leere Schuhkartons im Haus. Die geben ein tolles Nest für Herrn X ab. Feinst du nicht? Ja! Ja! Puh! Da ist jemand erleichtert. Die Leute sollten es sich zur Gewohnheit machen, Müll aufzusammeln und wegzuwerfen. Auch wenn es gar nicht ihr eigener Müll ist. Sieht lecker aus. Danke, Rucola. Ja, ja. Gut schon. Wie kann das sein, Hau. Halt es da. Lück. Hauzaufer. Mit Rhein. Untertitelung des ZDF, 2020 Und wie da steht, Albertin, Arkelstein. Ah, ja, schön. Altstein. Altstein, Silberwaren. Altstein, Silberwaren. Altstein, Silberwaren. Altstein, Silberwaren. Altstein, Silberwaren. Waschen, Nippel. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. All right. Okay. 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 Wie sehe ich da drüben aus? Ja, das wird auch nicht im Kuss Es ist ein Teil der Zander Es wird nichts. Den habe ich noch nicht gespendet. Den habe ich noch nicht gespendet. Ich habe 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 noch nicht gespendet. Das ist mir egal. Ich habe noch nicht gespendet. 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 Ich habe noch diesen Lämpfer. Das ist cocky. Ich hasse die Flugblätter. Ich hasse die Blätter. Vielen Dank. Ein Fisch noch. Sieht noch dübel aus. Ja. 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 Sieben? Ok, Sieben. Rinspektor. Ja, das wär's. See you next time. Das müsst ihr auch schauen.